Ja Yo Leute was geht ab und willkommen zu Knalltag Nr. 5 von mir, dem Thorsten ja diesmal It's looking like MW fucking Dora, I think Not the best game, but ja Ich spiele es trotzdem, ja Und ja, weswegen, also hier noch Knalltag ist noch nicht so, ja wir haben da was in Planung von wegen Battles und so Die wir dann durchführen werden tun können und zwar dann auf dem Computer natürlich Aber ja, die Planung für den Computer schon soweit abgeschlossen, aber Ne und so, es muss noch alles bestellt werden, noch alles zusammengebaut werden Und dann geht das hier auch richtig schnieke los Und ja, hier also noch mal eine Einmal MW3, bitte, danke Und ja Äh, genau Ja, wisst ihr da Bescheid, ne MW3 machen wir jetzt also mal heute noch als Knalltag Ich weiß gar nicht, ob ich nächste Woche noch mal einen mache oder ob ich dann pausiere für eine Woche Äh, um dann optimal vorbereitet zu sein auf, ähm Die Battles, ne These Battles out there, yeah, younger Ähm, genau, das werden wir dann mal sehen Mal gucken, ob wir überhaupt noch Lobbys finden auf der PS3 Bei MW3 habe ich so festgestellt in letzter Zeit, oh jo 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 Ja, es spielt keiner mehr, aber MW3 ist ja auch scheiße Und äh, du hältst jetzt mal die Phrasen hier, ja Äh, wir gehen das hier, genau, stumm schalten Ja, MW3 ist nicht Oh, so geil Und deswegen spielt das auch kaum einer Ich will aber Village spielen, nicht Lockdown Habe ich schon wieder irgendwas freigeschalten Von letztens noch, ja Ähm, knipsen wir mal hier alles aus Hier, verrückter Bomber, cool Nein, noch noch was, nein, 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 so Wo, 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 ah hier Basis Nein, das ging nicht mehr, scheiße Und es wird Lockdown, na super Das kann ja nur scheiße werden Ich habe gerade Ach, nein, jetzt runtergefallen Ich wollte gerade mein Handy noch auf stumm schalten Weil das macht immer ein Bittidim Wenn eine WhatsApp-Nachricht kommt, aber ist egal, ist egal Scheißen wir mal drauf, ne Wird völlig überbewertet, wie ich so stinke und so Ja, stinken tue ich auch Ich war gerade, äh Nicht Baden, nein Ne, ich war gerade Baden, ne Herrschaft spielen wir übrigens auf Lockdown Äh, ja Wird super Aber ich freue mich wirklich schon auf Computer, auf die Battles Dann muss ich mich erstmal komplett umstellen Äh, erstmal natürlich ohne Aim-Bot Nein Also wirklich halt Bei der, bei der, bei der Konsole Ist ja immer noch so ein bisschen Aim-Bot drin Guck mal, ich will mich eigentlich verarschen, Leute Ich bin verwurrt Okay Jetzt geht's aber hier los Vorne ist einer Da sind sogar zwei Jawoll, einen erwischt Und der zweite Blender wäre erstmal Granade Alles sichert, läuft Wir verlieren Bravo Ja, hier kommt Schlüge mal hier Ja, ich bin drin Scheiße Oh, ich dachte, ich bin voll gut, ja Und dann, äh, kommt sowas von hinten Ja, auf jeden Fall Battles, Alter Das wird, das wird Pornös Da muss ich halt erstmal dann noch ein bisschen nehmen Deswegen halt, überlege ich halt wirklich, äh, eine Woche Ausfallen zu lassen Scheiße Oh, das war schlecht Ja, überlege ich halt wirklich, eine Woche ausfallen zu lassen Um dann, äh, volle Kanne abzugreifen Ja, in den Battles Und da werden dann Ja, da werden wir dann, denke ich mal Äh, alles vollkriegen Die ganze, die ganze Lobby Wäre auf jeden Fall ziemlich nice Wow, 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 wow Alter, was Was für ein Lack, ey Na, kommst du raus, oder nicht? He, he, he Noob Noob, 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 noob So Nein Scheiße, da war auch noch einer Fuck Ich dachte, ich kann jetzt da schön durchspiken Aber war wohl nicht so ganz was, ne? Hat nicht so ganz funktioniert Aber ich hab auch schon Ewigkeiten nicht mehr auf der Äh, hier, kein, kein Call of Duty mehr gespielt, ey Arsch Stopp, 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 stopp Geh doch Nice Da seht ihr gleich mein Aim Völlig für den Arsch Fuck you Bestart, Alter 5-4 los Voll schlecht, ey, ohne Witz Gerade im W3 Aber egal, weißt du, musst du durch War da einer? Nö Scheiße Aber da war einer Oh, da war einer Ah, ich krieg das immer zu spät mit mit dem Sound Deswegen muss ich mich immer Blblblblblblbl auf dem Bildschirmkürze Nein Von hinten Wieso von hinten? Ich dachte, der ist tot Mann, dieser scheiß Shell Ja, ohne Witz, ey Aber wir sind noch in Führung Aber wahrscheinlich nicht mehr lange, wenn wir so weitermachen, ja? Das kann nur Scheiße werden Wow, wow! Halleluja! Ausgesnackt, alter Also ja, denen leider nicht Uau tut die Spawnial, alter! WTF, alter Alter, was geht hier ab? Werfen ... ein Grön Rice um den Grön arrow werfen Uiuiui... anr��... do I'm not sure Ich treffe da garnix Das war eine größe Nein 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 alter mega glück gehabt das war knapp hier ist keiner da unten ist er wieder gespawnt aber das fleischchen warm volltreffer jorge nein nicht von hinten ich fahre ich mag es nicht von hinten stopp genau jorge alter macht keinen scheiß würde eben hier alles nein von hinten wieso kämpft der da kann man so gehirn verbrannt sein und irgendwo kämpfen wie geht so eine scheiße eigentlich man kann man so behindert sein so die machen wir jetzt hier kalt von hinten oh ich dachte immer hier voll den specialmuff aber gar keiner da so zack den ausgemacht und dann noch einer nicht und wenn mich angeheftet werden jedoch nicht alter glück gehabt leute umweiner nein die waren beide da und das war ja unfair also können ja nicht machen erstmal granate werfen aber sind sie ja die kleinen spacken aber hey na da wer ist man da wird hin hierunter ne flash nein fuck wie hat er überhaupt meine granate überlebt ja das geht eigentlich gar nicht ja weil ich werfe granaten immer so präzise ja da macht es einfach wie er muss nicht mal ein ständig diese facking hitmark alter so was so was kann ich leiden ja immer nur baum alter und dann nicht tun weißt du mal nachladen hier ein mittlerweile komm ich komm ich komm ich auf flächeln komm doch klar mit zocken das ist voll das komische gefühl weil ich teilweise ja ich habe keinen call of duty gezeigt und vor allem habe ich nicht auf der platte willzen mich eininein jetzt stoppt ich kann gar nicht mehr ziele scheiße hier so kann ich nicht mehr ziele bis zu bindet bei der Gertdieter über und wie kann ich mich zum Güter ziemlich schwer das war ein lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo scheiß aber keine aber hier sein wenn ich kriege ich an Manson Mäckig in Sch describes die Schwächeren jeder ömper und scheiße nein da ist er die ganze zeit mit dem wurfmesser lang gerannt ich muss die ganze zeit anbieten ja sonst treffe ich den ich bin ein behindertes hurenkind ja da war keine das verwerb nein selber geblendet sehr gut sehr gut sehr gut aber wenigstens ein sniper ausgenockt barm alter der hat richtig in die fresse bekommen er da null chance vorhin ja und auf jeden fall ja das kann ich schon mal angehen werde ich so ein spiel machen von wegen er ist der erste spiel auf dem pc call of duty ich habe mich noch nie auf dem pc und das kann eigentlich nur scheiße dann kennt zwar die maps und so blablabla aber ich hab halt noch nicht drauf gezeigt scheiße ich hab die falsche waffe genommen also eine flash da oben reinwerfen da war sogar einer fack jedoch in your ass dirty mother fucking scheißvogel ja alter wird gesichert mann alter wir haben die zu den nirgenden zumal d so zack doppelabschuss läuft läuft bei mir sagte ja ich weiß nein wieso ich habe die doch ich habe mich noch mega angehettet habt ihr es nicht gesehen hat bei jorga hast du gesehen hat doch jetzt war manchen kalter gleich was hat er nicht so nett ob er da fliegt der schalldämpfer gleich mit in die fresse weil ich so gut schießen so mega ausgenockt genial geworfen wie der von mir gewartet hatte ich war voll überrascht dass ich noch nicht tut war ja herausforderungen major 34 24 ja finde ich auch finde ich auch nicht auch gute sachen gut gelaufen arbeit für schneiber alter war kassel da für ein tipp weg scopes ruse ball between the two pfeiler das war unglaublich aber die letzte killmann eine wahnsinns augenweide herr wahnsinn möchte ich sagen von ziehen das war trinkt noch ein schluck kohle ein marki war noch eine kohle so die lobbies scheiße ja und ich will abgespeckt weil man keine kill zwickser aber geil ich ja es gibt bloß eine lobby oder was nicht bei cara nein ich habe keinen bock mehr das alles freizuschalten da besser einmal rüber zu gehen behindert mann wieso nicht wenig bei cara nö fällt aus wegen ist nicht ja fällt aus wegen bodennebel ja war klar noch ein versuch jetzt finde ich gar nichts mehr wow zwei mögliche spiele gefahren dann aus der vorabend sind wieso total viele leute das ist der hammer wie viele leute spielen und auch das ist schon folgen dann machen wir das jetzt trotzdem ja und ja die folge wird heute auch nicht so lange will ich würde sagen wir spielen das hier noch zu ende und dann reicht das auch schon wieder für heute ja weil ja weil das nicht so spannend ist mir dabei zuzugucken wie ich alleine online spiele ich gebe es dazu überzeugen wir dann nehmen wir mal die nehmen wir mal die p90 ich glaube ich keine wow 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 da waren sie alle habt ihr die gesehen? ne hier oben ist auch noch eine ausgenockt nein 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 wuuuuuuu in your oh fucking ass alter mother fucking bitch das war genial geworfen na stop nein der hat's überlebt wie ist es mein Bildschirm war nicht so rot ich mag sowas nicht oh 40 Assists geiiiil alter ja ist er schon tot alter schon tot ausgenockt so zack fahm läuft hab bald keine Muni mehr alter wow fucking gib mir Munition ich brauche Munition ich will nicht sterben ich brauche Munition ich habe keine Granaten mehr keine Flash und keine Primärwaffe äh Granate oh stimmt oh wohl oh jetzt muss ich gleich zur Secondary wechseln Secondary Secondary wuuu wir nehmen uns den Secondary gleich hier die hier aber die sind nicht so gut deswegen will ich eigentlich mit meinem Primär-Lary spielen ohhhh mit meinem Primär-Dongel oh ich habe keine oh Muni wird knapp oh so ich bin ja noch nicht gestorben ich habe mich direkt gewundert warum ich keine Granaten habe aber wir leben ja noch oh da war wieder eine guck mal ob ich nur hin nö er muss nennen er kommt zurück ich habe bloß töten nein nein der hat er gelegen ohhhh 5-1 was für ein homo zieht gut ich ziehe den gleich oh der hat es nicht überlebt oh nein zum glück eine eigene Granate eine eigene Granate la 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 huuuu mega ausgenockt alter yeah baby so jetzt geht es ja weiter ich mache es ja alle platt nein 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 aaaaaaah wo ist die eine ich sehe sie alle ich werde sie töten aaaaaaah 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 vorn in die Womme jawohl nein 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 scheiß Kimper alter man der mit deiner fricking Nampi wie mein Kimper ich bin cool ich kriegst Granate in den Kopf ey boah er hat es überlebt ich nehme ihn jetzt ich nehme ihn jetzt nice da scheiß einfach Herbst alter Junge 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 stirb nein stirb Junge oh Gott wieso sterben die nicht schneller nur stirb 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 in die Eier jawohl er ist an Eier Überbleihung gestorben alter ja man hat sie in die Eier voll weg gepustet so ich brauche ah 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 Kills ah ah nein boah wieso von hinten immer wollen die von hinten ey ich will aber gar nicht von hinten ich will da von vorne ich bin da von vorne da bin ich gerade auf meine wenn die Tastatur gekommen das hat Bomben gemacht oh Gott stopp oh Gott wow blitzschnell ausgewichen Reaktion wie äh ein Torsten habe Reaktion wie ein Torsten wuuu alle null chance da ist er da ist er da ist er warm alter in die Phrasen in die Phrasen ah wir sind gut wir sind gut wir sind gut lololololololol nein was wie jetzt alter wie ich geflogen bin ah da liegt er lol boah oh ich wollte ihn jetzt den Kill haben oh Sieg 7500 jawohl 136 läuft läuft oh mit der PP90 am 1 ne mit der PP90 bloß PP90 Hotdog Waffe egal Hotdog Waffe bam 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 alter der hat schon wieder gekämptert da pussy ey so und ich würde sagen ja dann äh war es das soweit vom Knalltag heute wie gesagt bloß eine kurze Folge ich hoffe sie war trotzdem äh sehr aufmuntert und hat euch gefallen und ähm dann sehen wir uns auch Terminal ne dann sehen wir uns auf jeden Fall äh beim nächsten Knalltag wieder oder in der Season oder äh ficken ne aber könnt ihr euch auch sagen auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen ne und äh ja ne bis deiner tschüss